Hallo liebe Leute! Ab heute gibt es schillernde Elixiere. So zum 1. April. Man sieht und hört überall Katzen, weit und breit. Yay! Diese Tränke halten allerdings eine Stunde und verschwinden auch nach dem 1. April. Komplett aus dem Inventor, ob ihr sie benutzt oder nicht. Und im Itemshop gibt es natürlich auch wieder eine neue Sinsen. Die habe ich mir natürlich geholt, da ich ja alle Sinsen sammle, so als Negrona. Finde ich die natürlich auch ziemlich, ziemlich genial. So, ich hoffe euch hat mein kurzes Video gefallen. Und ja, bis denn.